Wo kommt denn nochmal dieses Referat her? Und habe ich den Artikel eigentlich schon gelesen? Wenn Sie solche Fragen beim Hausarbeitenschreiben vermeiden wollen, dann sollten Sie jetzt gut zuhören. Zunächst sage ich Ihnen, was Literaturverwaltungssysteme sind. Ich zeige Ihnen Citavi und Sotero im Vergleich und führe Ihnen dann auch gleich vor, wie Sie die Programme am effektivsten nutzen können. Denken Sie kurz darüber nach. Wie haben Sie bisher Literatur verwaltet? Vielleicht einfach auf einem Notizzettel oder in einer Wordliste? Literaturverwaltungsprogramme können Ihnen beim Sammeln von Literatur und beim Schreiben einer Hausarbeit sehr viel Zeit ersparen. Und wie genau, das sage ich Ihnen jetzt. Die Kernfunktion von Literaturverwaltungssystemen ist natürlich die Literaturverwaltung selbst. Sammeln kann man Literatur dort durch einen einfachen Datenimport aus vielen Online-Recherche-Katalogen, zum Beispiel unserem Wissensportal Primo, aber auch Google Scholar und vielen Datenbanken. Man kann PDFs direkt im Programm speichern, um sie leicht wiederzufinden und kann sie dort auch direkt öffnen und bearbeiten. Außerdem machen Sie es leicht, Daten zu exportieren, zum Beispiel in der Form von Zitaten im Text oder bei der Erstellung eines Literaturverzeichnisses. Final können Sie im Programm auch Notizen und Ideen sammeln für Ihre Hausarbeit. Es gibt viele verschiedene Literaturverwaltungssysteme, vielleicht haben Sie mit manchen von diesen auch schon Erfahrungen gemacht. Wir stellen heute Citavi und Zotero vor. Online auf unserer Homepage finden Sie aber auch einen Vergleich verschiedener weiterer Programme, um zu schauen, welches für Sie das beste ist. Um Citavi zu nutzen, müssen Sie die Campus-Lizenz für TU-Studierende verwenden, die die TU für Sie erworben hat. Zotero wiederum ist ein Open-Source-Projekt und somit völlig kostenlos. Beide Programme bieten die wichtigsten Funktionen, nämlich die Recherche, der Import von Daten aus dem Browser über ein Browser-Plugin oder ein Identifier wie eine ISBN oder ein DOI. Das Programm Citavi funktioniert nur auf dem Betriebssystem Windows, aber es gibt eine Citavi-Webvariante, die im Browser verwendet werden kann von allen Betriebssystemen. Zotero wiederum kann beliebig auf Windows, Linux oder Mac installiert werden. Beide Programme bieten auch eine Zusammenarbeit mit Textbearbeitungsprogrammen. Citavi hat ein Word-Add-In, um das Erleichtern von Belegen wie Zitaten direkt im Text zu erleichtern. Zotero bietet ein Plug-In für Word oder Libre und OpenOffice und auch Google Docs. Eine weitere wichtige Funktion beider Programme ist die Möglichkeit, das eigene Projekt bzw. die Sammlung zu synchronisieren, um online darauf zugreifen zu können. Außerdem bieten beide Programme die Möglichkeit, PDFs direkt zu übernehmen und im Programm auch zu annotieren. Nun zeige ich Ihnen live, wie Sie die Programme auf Ihrem eigenen Gerät nutzen können. Bei Zotero können Sie einfach auf die Webseite gehen, zotero.org. Hier haben Sie direkt die Möglichkeit, über den Download-Button das passende Programm für Ihr Betriebssystem runterzuladen und auch direkt das Browser-Add-In runterzuladen, das essentiell ist, um Literatur beim Recherchieren importieren zu können. Das Browser-Add-In steht zur Verfügung für Firefox, aber auch noch für weitere Browser. So sieht die Oberfläche von Zotero nach der Installation aus. Die Ansicht ist in drei Spalten aufgeteilt. Auf der linken Seite haben Sie Ihre Bibliothek zusammen mit allen Unterordnern, die Sie eventuell angelegt haben. Da der Ordner Schulung neu angelegt ist, gibt es hier drin noch keine Titel. Daher fangen wir mal mit einer Live-Recherche an. Für mein Beispiel suche ich nach dem Titel Recherche 2.0. Das oberste Ergebnis ist auch gleich das, was ich gesucht habe. Hierbei handelt es sich um ein E-Book. Da dieses E-Book auch noch Open Access ist, heißt es, ich kann überall darauf zugreifen, egal ob ich mich im TU-Netz befinde oder nicht. Zotero hat nun erkannt, dass auf dieser Seite mehrere Titel sich befinden, die importiert werden können. Wenn ich jetzt hier diesen Ordner daher auswähle, bietet Zotero mir alle Titel, die auf dieser Seite importiert werden können. Nun erkennt Zotero, dass es sich auf der Titelseite von einem Buch befindet und deshalb wird mir im Symbol ein Buch angezeigt. Durch einen Klick kann ich die Metadaten des Buchs in die Sammlung, die ich gerade geöffnet habe, importieren. Jetzt schaue ich mir die Metadaten mal im Programm an. Ich wähle in der mittleren Spalte den Titel aus, den ich gerade importiert habe. Nun werden mir auf der rechten Seite alle importierten Metadaten angezeigt. Dies sind die Daten, die Sie benötigen, um den Titel später korrekt zitieren zu können. Über den Link zum Volltext kann ich dann auf das E-Book zugreifen. Da es sich um ein Open Access E-Book handelt, kann ich direkt die PDF öffnen und sie dann in Zotero importieren. Jetzt kehre ich in das Programm zurück und kann die PDF dem passenden Titel hinzufügen. Durch Doppelklick kann ich den Text dann gleich in Zotero öffnen, lesen und interessante Stellen im Text markieren. Diese Markierungen werden mir dann auf der linken Seite angezeigt. Auf der rechten Seite kann ich Item Notes hinzufügen und zum Beispiel meine soeben kopierte Notiz zu dieser Note hinzufügen. Der markierte Text wird übernommen und auch direkt die korrekte Zitation für den Titel. Nun möchte ich diesen Text in meiner Hausarbeit in Word zitieren. Hierfür kann ich einfach mein Word-Dokument öffnen und den Reiter Zotero auswählen. Ich wähle die Stelle im Text aus, wo ich diesen Titel zitieren möchte und wähle dann Add Note. Und dann habe ich die Möglichkeit, meine Notes nach dem passenden Zitat zu durchsuchen. In diesem Fall ist das passende Zitat direkt das oberste. Und wenn ich es auswähle, habe ich das vollständige Zitat zusammen mit der Referenz zu dem Titel direkt in Word eingefügt. Und ganz zum Schluss, wenn ich fertig bin mit meiner Hausarbeit, kann ich mein Literaturverzeichnis auch wiederum durch einen Klick hinzufügen. Und das Programm erkennt, welche Titel ich im Text zitiert habe und fügt diese meinem Literaturverzeichnis hinzu. Nun wechseln wir zu Citavi. Zum Installieren von Citavi finden Sie online unter Lernen und Arbeiten alle Informationen zu Software zur Literaturverwaltung. Hier finden Sie weitere Informationen zu Citavi und auch dazu, wie Sie es durch die TU Campus Lizenz kostenlos installieren können. Nach der Installation sieht das Programm zum Beispiel so aus. Dies ist ein Beispielprojekt. Auf der linken Seite haben Sie die Liste der Titel, die bereits im Projekt hinzugefügt sind. In der Mitte haben Sie die Metadaten, die dem Titel angehören. Und auf der rechten Seite wird Ihnen direkt gezeigt, wenn ein PDF an diesem Titel angehängt ist. Und Sie können dieses PDF lesen und wiederum auch markieren. Auch Citavi hat ein Browser-Add-in, welches beim Installieren des Programms automatisch mitinstalliert wird. Wenn ich zurückkehre zu unserer Suche nach dem Titel Recherche 2.0, sehen Sie im Browser, dass auch Citavi erkannt hat, dass hier mehrere Titel importiert werden können. Dies kann ich tun durch Auswählen des Citavi Pickers und dann auswählen der Titel, die mich interessieren und mit einem Klick auf Übernehmen. Oder ich kann den bestimmten Titel auswählen, der mich interessiert und dann auch über ISBN diesen Titel importieren. Bei Citavi dauert es ein bisschen länger, bis ein Titel im Programm dann auch wirklich importiert ist. Aber auch hier werden alle wichtigen Metadaten übernommen. Ich habe meinen Titel und die zugehörigen Metadaten. Und wenn ich möchte, kann ich auch noch das PDF downloaden und hinzufügen. Ähnlich wie Zotero bietet auch Citavi ein Word-Add-in, was hier im Reiter gefunden werden kann. Zunächst müssen Sie das Citavi-Projekt öffnen, an dem Sie weiterarbeiten wollen, zum Beispiel die Demo Food Quality. Jetzt wählen Sie wieder die Textstelle aus, die Sie zitieren möchten und den Titel, der Sie interessiert. Hierfür suche ich mal nach dem Titel, den wir gerade importiert haben. Durch Doppelklick kann ich das Zitat direkt hinzufügen. Citavi fügt beim Zitieren des ersten Titels automatisch ein Literaturverzeichnis ein. Dieses wird, wie auch bei Zotero, automatisch aktualisiert, wann immer Sie einen weiteren Titel zitieren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem schnellen Einblick zeigen, wie sehr Ihnen Literaturverwaltungsprogramme wie Citavi und Zotero beim Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten helfen können. Weitere Informationen zur Literaturverwaltung finden Sie auf unserer Webseite. Außerdem bieten wir regelmäßig auch Workshops zu Citavi und Zotero an, an denen Sie gerne auch vertiefend teilnehmen können. Bitte zögern Sie nie, uns bei Fragen oder Problemen anzusprechen in der Bibliothek oder durch unsere Online-Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und viel Erfolg im Studium! Jetzt bitte noch 450-T Updates über 6000 in der Um grillebe宫gebiet. Dann Doom. Dann wieder mit einem Album Balkon ramze.